und dann ist das die 211 genau so schon da die ist schon da walt echt nur wenn ich habe mir das ding nur einmal angehört das reicht aus aber live bin ich noch nicht ich sehe noch nix da wenn du noch länger brauchst das was dabei heute glory hall mal gucken so wir fangen an weil der mikro ein bisschen atmosphäre herstellen hat sich das ausgesucht keiner hat was gesagt also wort das so angenommen na gut in dem moment wo ich glaube ich erst mache ich immer einen vorschlag und wenn da keiner gegen stimmt dann na gut aber aber der hennig ja immer so spät erst da reinkommen kann er meistens immer nix sagen ja aber er überprüft ja die bilder ich starte dann bevor ich überhaupt sehe um welche karte es geht ja du bist auch ganz schön leise wieder ja nice oh jetzt bist du jetzt besser oh 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 so wir gehen nach riverside und dann wird er schon gehen wer spielt überhaupt ah ja ok ah jetzt ja mit hennig hast du letztens verloren deswegen müssen wir das da schild vollkommen hier siehst du das guck mal hier guck mal bei ihm auf die schulder ja das ist voll cool beide seiten du ich habe kein problem mit sowas ich finde es gut ach so ok folger kann sowas nicht machen der ist selber ich bekenne mich selber zur farbe dann gehen wir los ja besser ist das ja besser ist das doch geht so ich kann mich nicht mehr so gehen das hat mich schon wieder gerecht mit der ich hab auch auf den hunter geschossen oh glory hole kommt da kommt gerade richtig wir sind seit zwei minuten angefangen was jockey und boomer oben boomer boomer charger alle zusammen sind gekommen oh manch das ist heftig vom 1.2 das ist heftig komm schnell rein ja aber sie sind ihr sagt noch nicht komm das wo ist Marcel ja ja erstmal sehr gut hunter kommt einer mit hoch ja ich bin hinter dir du musst kurz nachladen ja franzi ist hat ein problem kannste machen Oh fuck, ich bin nicht so runtergefallen. Oh nein. Echt, das Spiel ist eh. Ja. Und Francis hilft Bill nicht. Francis ist ein blöder Vollarsch. Haha. Ich bin, dass er überhaupt nicht getroffen hat. Oh shit, ich muss mich hier gleich heilen. Oh Jockey, ich liege. Ja, warte mal, ich muss erstmal heilen. Ja, ich auch. Oder wir gehen erstmal hoch, oder what? Nee, er ist heilen. Dacia? Nein. Okay, wenn er nichts macht. Ja, ich musste nachladen. Oh Boomer. Hast du ihn gut. Nein, ich hab ihn nicht. Aber er ist tot. Doch, doch, doch. Ich bin zufall bei euch. Fahr da nicht so weit, wir müssen gut durch die anderen machen. Oh fuck, ich fall hier auch immer wieder runter. Ja komm jetzt. Die Zombies sind doch mal tot. Ja komm doch. Willi. Ich bin raus. Oh was. Das kann doch nicht wahr sein. Ich mach das. Hunter, Hunter schieß mal nach oben, schieß nach oben. Schieß nach oben. Schieß nach oben. Oh scheiße. Ich kann nichts machen. Ich glaube, du solltest du so doof. Ja, ich liege schon wieder, danke. Und dann Jockey, ich liege auch. Ja. Boomer. Alter. 20 mal gesagt, schieß nach oben. Ich hab nicht mal Munition. Bill ist tot. Ja, irgendwas verfolgt mich hier. Ja, Bill gibts nicht mehr. Ja, Bill gibts nicht mehr. Bring dich mal in Sicherheit oder so. Ja, warte, Boomer tot. Ja. Boomer. Boomer irgendwo. I'm here. Hunter. Hunter. Oh, wieso liegt der noch nicht? Ich. Na, ihr habt schon Bill jetzt. Sag mal. Sag mal. Ich mach das bei euch. Ich mach das bei euch. Boca an der Brücke. Wir brauchen ganz dringend Pillen, ey. Dürfst du mal Henning? Mhm. Jockey. Heads up. Spitter. Jockey. Ich liege. Oh, shit. Hunter. 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 Jockey. Ja, es gibt Jockey und Spitter. Was steht da dir? Jockey. Tata. Jockey ist tot. Herr Jockey ist tot. Ja, schieß den. Wo wollte ich jetzt? Komm, jetzt hilf ihm hoch. Nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn. Oh, nicht da. Ich hab ihn dir, Tiger. Oh, viel zu lange gebraucht. Moca. Ja. Ja. Wenn du nirgst, wo es vorn kannst. Ja, du bist dumm oder was? Schnapp ihn dir. Also noch lebe ich. So, mach Schiffi mal schnell hoch. Ja, ich muss erstmal die Zombies um mich rumerschießen. Machst du bist dumm. Ja, und ich bin tot. Nein. Boca ist tot. Hast du gesagt, weil du sprachlos bist? Machst du das fassungslos. Ja. Ich weiß nicht mal, was funktioniert. Das ist schon richtig heftig. Wie? Okay. Ah, ich bin tot. Oh, Schiffi mal toll. Das waren alle Punkte die ich machen konnte. Scheißdreck, ey. Aber warum fängt die immer an ohne mich? Wir haben Punkt 21 Uhr angefangen. Das ist eine Frage, du. Letztlich haben wir Punkt 21 Uhr angefangen. Das finde ich nicht geil. Wir haben Punkt 21 Uhr angefangen. Guck in den Chat. 5 Uhr treffen, 21 Uhr geht's los, haben wir gesagt. Weil das echt schon spät ist. Wir fangen eigentlich immer um 20 Uhr an. Ich komm, verpasst doch nicht den Anfang. Wir warten nur auf euch. So, mal, der läuft schon. Ah, Jockey. Gesehen? So, doppelt. Doppelt und drei. Jockey ist hier auch noch. Ich komm noch nicht an. Ohne Quatsch jetzt. Ich hab auch einen Smoker, fuck. Das geht ja schon gut los. Ah, ich kann nicht spawnen, Mensch. Hinter dem Auto. Nicht da, hinterm Baum. Fertig, ich mach was. Ja, mach auf der anderen Seite, genau. Ich komm mit. Auf-Botting. Okay, du zuerst und ich bin dann... Ja, aber erst mal, wenn jemand das schafft. Genau, Volker auch. Ich bin ein Jockey. Vielleicht kannst ja unser Bot auch noch helfen. Nee, der ist verwirrt. Ja, doch, weil jetzt warte mal. Noch hat er nichts um das getan. Doch, das war gar nicht so dumm, was er da gemacht hat. Oh, jojojojo. Und, oh, liegt einer. Ja, weiterliegen. Ja, zwei. Aber wir müssen einen Toten kriegen. Das ist alles drin. Was hat Bock? Luis liegt auch noch, würde ich sagen. Ja, komm jetzt. Und Francis ist auch krass. Alter, wie kann man das so ziemlich sein, ne? Unfassbar. Komm, 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 komm. Das musst du jetzt machen. Das musst du jetzt machen. Komm, Charity weg. Nein. Ist egal. Ich dachte, wir waren schlecht. Ich brauchte nur einen Boomer, um die beste Punkte zu schaffen. Immerhin reicht es. 700 beim ersten Angriff. Nicht schlecht. Wir müssen gar nichts aufholen. Wir haben sogar noch 50 Punkte Vorsprung. Oh, Mann. Ist doch hier. Schön, steile Rotbier. Ja, zack, zack, zack. Da können wir sogar noch eine Runde starten. Ja. Was? Was? Nicht? Ab morgen frei, alles gut. Ja, ich nicht. Okay. Ja, ich auch nicht. Ich habe eine Pfanne. Ich habe eine Pfanne. Ich bin unbesiegbar. Oh, der mit einer unbesiegbaren Pfanne. Genau, mach mal ein paar. Wow. Da war ein Boomer. Boomer. Links hinter der Tür. Links, auch klar, genau. Hab ich. Gut. Pills here. Spitter. Habt ihr den Smoker auch tot? Äh, nö. Also, weiß ich nicht. Doch, der ist mit reingegangen. Ich habe keinen gesehen. Boomer? Boomer. Ja, bei Bill. Jockey? Jockey? Oh, Henning. Was soll ich machen? Hunter? Hunter hat mich. Oh, Volker. Ja, Wolfe. Soh, er hat mich. Oh, Volker. Ja. Pass mit dem Ding auf. Scheiße. Henning, woher hast du eigentlich schon wieder die Pillen? Ich, ähm... Bill, du blöder Vollarsch! Habst du ihn? Habst du ihn? Boomer? Charger? Hat mich. Jockey? Jockey hat mich unten. Jockey hat mich unten. Bitte euch, bitte euch, Jockey. Ich gehe jetzt gerade rechts runter. Und ich bin rechts unten. Wir sehen deine Umrisse. Ja, das ist schön. Und ich liege auch gleich, wenn ihr nichts macht. Danke. Ich kann nichts machen. Boomer hat mich gerade angekost. Boomer ist tot. Ja, ich bin kurz oben, weil ich nichts sehe. Volker, wir sehen dich. Wir wollen einfach nur nichts machen. Achtung, Moormensch. Spitter! Hättest doch mal in den Raum reingespittet, der wäre ja nicht mehr rausgekommen. Henning, halt den Sabbel. Wir sind in einem Team. Ist doch eh vorbei. Was? Okay, sind wir bereit? Wo bin ich denn? So, komm. Ja, jetzt die Frage, ne? Sollen wir heilen, oder? Ich hab mich schon geheilt. Ja. Oh, hier, Rohbombe. Ich hab's. Smoker, Leute. Smoker. Smoker hat mich. Wir sind doch auf dem Weg. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Oh, schau, schau. Und alles. Okay, ich bin da. Was heißt hier eigentlich? Haut ab hier. Ich bin da, schminkt tot. Okay, ich bin tot. Das kann doch nicht wahr sein. Henning, was machst du denn da? Das, jetzt mal ruhig hier. Ey, du musstest nur ein Smoker töten. Der ist nicht mal weggelaufen. Ja, da war aber auch noch Horde und alles andere. Das ist ja nirgends vorn, ne? Gehen wir mit der Ruhe. Jetzt werden erstmal durchgeheilt und dann lösen wir aus. Moka hat mich. Danke. So, ich heile mich. Warte. Jockey, Jockey, Jockey. Jockey, Jockey, Jockey. Hey, Nick! Schau doch mal. Ja, was dauert das denn immer so lange? Du guckst mir immer zu. Ich heile mich gerade. Vier Stunden lang. Nein. Dann heile dich doch jetzt. Dann heile dich doch jetzt endlich mal. Ja, ich musste dir ja zwei Stunden nochmal helfen. So, alle geheilt? Gut. Ja, ich kann mich nicht mehr heilen, aber egal. Das macht nichts. Dir geht's ja auch noch gut. Du bist noch cool. So, ich hab ne Rohrbombe. Ja, werf erstmal die Rohrbombe. Hunter? Hunter. Boomer? Ist tot. Okay. Smoker? Smoker? No, it's broken. Hahaha. Okay. Gut, Tür ist offen. Ja, warte. Ja, warte. Ich hab grad, das ist irgendwie auch schon ein Problem. Oh, war das knapp. Wille hat ein Problem. Kriegen wir das hin? Hunter. Da, Hunter. 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 Ja, ich bin hier. Danke. Scheiß, Moment, hau ab. Ich würde mir auch finden, dass wir beide immer zum Lump vorrushen. Das ist super geil. Wir waren noch nicht vorgerushed. Alter. Ihr wart beide im Raum drin. Ich sag's. Ja, im Raum. Das soll irgendwie fast weg gewesen sein. Dann weiß ich aber nicht, warum ihr beide in den Raum laufen müsst. Weil sie's können. So, wo bist du? Da. Ja, es gibt Horten für dich. Raus, raus, raus. Gut, hau die Pillen rein. Hunter. No. Jockey. Ich mich schießen, Leute. Charger. Weg mit Püren. Oh, noch ein Splitter. Der gleiche. Immer noch der gleiche Splitter. Haben wir einen Tank? Hier bei mir. Warum seid ihr in den Händen gegangen? Was? Wo sind wir hingegangen? Hier ist eine Rohrbombe. Was müssen wir zwei Wege? Tank! Wo ist er? Weiß ich nicht, in Köln nur. Die Erde vibriert auf jeden Fall. Ja, ja. Jockey. Ja. Lass mal draußen gucken. Smoker. Wird nix. Ex-Fall me. Ex-Fall me. Jo, brennt. Ja. Lauf. Ja, da kommt's. Ach, nein. Alle, Feuer. Wir haben uns beide verbrennen lassen. So was Blödes. Wir hatten das Feuer gelegt. Ja, ich hab ihn angezündet. Das war gut. Ich hab ihn mal mit Galle beworfen. Doof war, dass wir einfach reingelaufen sind. Wir hätten ja auch nicht reinwarten. Ja, ich hätte sowieso nicht mehr so viel gehabt. Louis ist aber auch gestorben, ey. Sind alle gestorben. Aber Louis am lautesten. Der winselt immer so. Joa, ist Henning? Joa, ne? Joa, joa. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Joa, ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Nee, ich glaub, du müsstest hier. Von hier. Von wo bist du? Da. Ja, hier. Hallo. Ja. Gucken wir mal. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ja, aber was willst du sonst machen? Ja, das ist schwierig. Einfach opfern. Sei ein Opfer. Ich mach das gleich. Ich mach das nächste Runde. Gut, dann gucken wir mal. So, dann los. Scheiße. Henning, hast du überhaupt gespawnt? Nein. Ganz vergessen. So, da war ein Buhmann. Jockey. Hat er. Auch hier? Ein Punkt gemacht. Wolltest du nicht da hinten? Jetzt bist du wieder hier. Hast du nicht damit gerechnet, dass wir irgendwelche Schaden verursachen? Dass ich 6 und Volker einen Schaden verursache? Oh, Henning, noch zu viele. Krass, ey. Ja, ja. Naja, ich hab immer noch einen. Nee, wir haben den meisten Schaden. Oh, was? Scheiß Momentum. Ich seh nix, ich seh nix. Ich bin völlig, ich bin gleich kaputt. Das ist nicht schlimm. Hunter. Heftig. Ich hab einen Punkt mehr als Henning. Was? Ja, aber ich war nur, äh... Puma oder Splitter. Mach das nach. Ja? Du war Splitter. Das warst du. Ich war Puma. Komm, komm, rein. Hunter. Ja, Henning, los, los, los. Nee, du. Oh, mein Schafesstück. Hunter. Verdammt! Oh! Unangenehm. Verdammt, so weiter? Oder kannst du noch nicht sehen? Das Rohr nach rechts in den Raum rein. Weißt du? Komm, komm, Tunnel in den Raum rein. Ach, du bist ja, du bist ja schon gespawnt. Ja, ja. Ja, los. Hunter irgendwo? Hunter auch mehr? Nein, Francis. Schaut her. Ach, scheiße, so. Fuck. Oh, ja. Was ist dein Plan, Volker? Den kriege ich nicht. Ich hab keinen Plan. Also nicht mit mir? Ich bin... Hab eh nicht mehr so ganz viel. Ich hab eh nicht mehr so ganz viel. Ich hab eh nicht mehr so ganz viel. Ich hab eh nicht mehr so ganz viel. Ach, warum bist du da auch... Schade. Schade. Siehs voll tot. Haha, allem Laufen. Nö, war mir schon klar. Ich hatte nur noch ganz wenig. Ja. Das Problem ist, du warst gespawnt, ne? Ja. Ja, ich hatte ja vorhin schon versucht, Tumpe zu ziehen. Hier ist doch Galle. Und das hat ja nicht geklappt. Der Tank. Tank? Sorry. Ihr wisst doch, wo der Tank kommt. Was? Ihr wisst doch, wo der Tank kommt. Ja, wissen wir ja auch. Aber deswegen kann man ja trotzdem Galle mitnehmen. Oh, ich hab schon mal Kram. Ich hatte verstanden, dass jetzt das immer wieder Tank gewählt kann. Nein, für den Tank hab ich gesagt. Nö. Oh, diese Scheiße-Mor-Menschen, die gehen wir so auf den Pisser, ne? Oh, ja. In der schrecklichsten Erfindung von der Vergangenheit von der Menschen. Nee. Oh, sowas blödes. Fuck. Oh, shit. Wenn ich jetzt mal hier hochkomme. Süße aus. Panther. Panther ist kaputt. Was ist ausgelöst? Ja. Sehr gut. Ich hab Bumac-Kram und ich spreche. Ich hab Funger. Nicht mehr. Den Pill. Was? Ich seh nix. Ich hab schon mal einen geboomert. Dann hab ich Forder um mich herum. Funger. Funger, ja. Och, Mann. Doch, ja, von da ist das nicht schlecht. Ja, ich dachte, er ist schon auf. Panther? Mmh. Ist ja einfach nicht hin. Nee, ja. Oh, alle. Oh, alle, sehr schön. Oh, und Bill ist unten, sehr gut. Ach, fuck. Unschön. Der legt sich doch bestimmt gleich hin. Manu, lass mich doch mal in Ruhe hier. Ich wollte den Molli noch haben. Das sind keine Pille. Das sind keine Pille. Ich wollte den Molli noch mal in Ruhe hier. Ich wollte den anderen eigentlich nicht. Wunderbar. Geh weiter. Du bist ja vollidiot. Wieso steht er denn schon wieder? Ach, nee. Er steht noch nicht. Nee. Francis lag noch nicht. Ja, ja, okay. Hier fällt mir das auf dem Zimmer, ne? Ich wollte ja nicht eine. Okay, nochmal. Nimm dies, du dreckig. Aber sitzt mal richtig. Okay, auf mir. Oh, der ist gut. Komm, bereite vor, Marsch. Hochdach. Man. Oder so. Hunter. Hunter. Immer noch Hunter? Ja, du schaffst dein Typ allein. Nee, ich hab' ich nicht. Ja, Alter, ist nicht sein Ernst. Doch, ich hab's geschafft. Ja, doch. Massage mit Happy End. Auf, ja. Auf die Sekunde. Auf die Sekunde, aber. Da kommen Charter und Twitter und... Vorsicht! Ich hab' da von Schaube. Okay, wir weg. Das will ich mal als... Das war auch. Jockey? Jockey? Ja. Ich versuch' ihn runter, sonst steht's, aber ich komm' nicht ran. Ich würde eh nicht. Das Schlimmste ist, ich hätte doch'n Babyback. Ja, ja. Gubi auch. Verdammt, das ist ärgerlich. Das war super mit eurem Bot, ey. Jedes Mal wieder runtergezogen. Weil die Bots auch nie was sagen, die Arten. Und mit Hunter da. Also, es war immer ein Hunter und Smoker. Ja, kannst halt auch nix machen bei, ne? Ist halt so. Ja. Haben wir hier irgendwo... Oh, ein Messer, das nehme ich. Da wacht jetzt schon die Tür auf. Was ist da los? Sind wir bereit? Charter? Hunter? Hunter hat mich. Oben, Charter. Boah. Kann ich auch. Oh, verdammt. Irgendwo ist ne... Ist ne... Boah. Wir zum Beispiel. Mal sehen. Okay. Versch mich schießen. Das halte ich jetzt für ein bisschen komisch, aber gut. Smoker. Okay, wollen wir weiter? Ja. Oh, ja. Einmal alle durch da, genau. Wie viel Säure war da denn? Bill hat ein Problem. Oh, ja. Wir sehens. Und er redet nicht mit uns. Kennen wir ja schon. Tot! Boah, schieß mir doch nicht in den Rücken. Spontillieren. Ja, warte. Ich brauche nochmal ne neue Waffe. Irgendwie hat die Horde heute keinen Bock, ne? Ja, war schon zu viel Horde. Und wer schießt mit deinen Rücken? Was? Hand auf Bill! Hand auf Bill! Oh, sehr gut. Oh, schade. Ja. Smoker. Hat nicht viel gefehlt. Rieger? Smoker auf einem Zug? Smoker wird sich gleich Bill holen. Smoker will mich. Smoker holt sich gleich Marsch. Nein! ich denke so ja so aber ich habe da vorne eine pfanne nein ich habe jetzt nur die rohrbombe gesehen war da jetzt noch einer nur eine rohrbombe und wir haben eine rohrbombe das ist ja geil ich hänge hier fernst du bist ja geil ich bin jetzt richtig was etwas heult hier extrem du willst du es hier unten rechts neben zu hunter ja wir sind schon drüben wo bleibst du ja billig halt ich marsch und dann halte ich kurz noch bild die witch ist neben der mauer bei euch nicht zu ihr also einfach geradeaus gehen hallo händen hinter dir neben welcher mauer oh scheiße ja ja jockey und alles ja komm einfach hier wenn ich jetzt sowieso noch bei bilder dann kann ich ja dann helfen ich bin doch einfach mal nein smoker oh schuss nein oh gott ok marsch wir gehen weiter nein marsch die witsch das ist ja auch das ist ja unfassbar sag mal wie verwirrt bist du eigentlich ich habe einen kleinen hau adrenalin rein lauf ja hau adrenalin rein und hilf ihm hoch außer ihr seid angekommen ja ich sehe grad nix ja 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 das sieht alles noch so gut aus Ja, ich weiß noch nicht, warum wir uns immer so ewig lange irgendwo drin aufhalten müssen. Reingucken, ist nix drin, weiter. Wenn das Lustige war, Hennig hat sich von Bill heilen lassen und da wollte Hennig Bill heilen. Kann man so Bot-Methode machen. Ich hab's so gesagt, wenn die Bots damit durchkommen, warum komm ich denn nicht auch damit durch? Wir machen den da, ne? Mach mal kaputt genau, ja. Nein! Okay, geh weg! Nein! Fuck! So nicht, Hennig, so nicht. Ah, was ist denn los hier? Wo war das? Ich war in perfekter Position und dann wäre ich rechtsklickt. Ja. Sein Ding hat mir auch, guck dir davor. Komm, halt sie mal ein bisschen auf. 10-Jur- 번 shooting einen flügig bl couple! Zack, du willst keinen Bock auf Splitter? Lass dich mal in den flügigen Als附 финiger's schützen und schützen. Dack, dack! Dieser günstigerigerル. Dack, die! novell! Dack, die ... Decke, die zu machen! Oh, Rainer liegt. Ja, oh. Da kann der ehren liegen. Folge da oben wäre jetzt gerade ganz gut. Ja. Ich bin zu spät. Ich bin bei dir. Ja. Scheiße, kein Auto. Komm raus, das ist ein Haufen. Nein. Irgendjemand klickt gerade sehr laut. Das war ich. Was macht unser Bot da eigentlich? Komm, einfach durch. Na? Komm einfach durch. Genau, Smoker, ja. Mach's. Tschöööö. Okay, so witz. Komm, 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 komm. Falsche Richtung, falsche Richtung. Ja, hol. Nein, nein, nein. Ich habe versucht, dich zu lenken. Super. So, der Witch hat mich leider kaputt gemacht. Wie dreckig. Jo, das war's. Halt aber auf. Hexe ist, du kriegst keine Punkte. Uns am wenigsten. Du bist nicht mehr dreistellig. Nein, deswegen. Mascha hat schon wieder 500 Punkte. Was da los? Hat er sich gerade teleportiert, der Bot? Mhm. Oh. Der Bot kann das. Und er hilft ihm jetzt auch noch. Nein. Der schafft es sogar. Nein. Nein. Volker. Habt ein bisschen Vertrauen. Jetzt schnell rein, 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 rein. Gut. Damit war's das. So, dreistellig. Ich dachte, das war fertig. Nee, nee, einer war noch da. Bill hat sie noch schnell typisch. Rein, 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 rein. Rein, mach, schnell. Sonst war's das noch nicht. Okay, Luca. Jetzt war's das. Jo. Ja, jetzt liegt Bill auch. Nachdem Malte dann gestorben ist, ist Bill dann auch umgefallen. So, mehr als Volker, wichtig. Was? Mehr was? Nee, ich wollte teleportieren. Ich dachte, das wäre fertig. Ich habe abgehört zu spielen. Das wäre ein Mythos und das würde gar nicht... Die Runde ist erst vorbei, wenn die Fan der Punkte stand, angezeigt wird, Marsch. Das solltest du eigentlich wissen. Ja, ich habe gewartet, bis die Augen ziehen, das hat lange gedauert. Marsch, willst du nochmal anfangen, ein Bild rüber zu schicken oder willst du es nicht mehr machen? Ich habe das die ganze Zeit gemacht. Einer von uns beiden muss jetzt was machen. Entweder blende ich da deinen Ladebalken aus oder du schickst ein Bild. Ich schicke gerade ein Bild. Hast du nicht gesehen? Den Ladebalken. Ja, okay. Dann gucke ich nochmal, ich refreshe nochmal. Ja, mach das. Ja, warte kurz. Ja, du refresch doch. Ich refreshe. Refresh. Oh, Dosen schießen, alle abgeräumt. Da kommt kein Bild. Refresh? Ist doch egal jetzt. Komm, Kinder. Kann ich refresh machen bei mir? Wenn er das nicht hinkriegt, dann ist das so. Ja, alles von beiden muss jetzt passieren. Entweder muss ich seinen Ladebalken ausblenden oder er muss das in den Griff kriegen. Aber das muss ich wissen. Okay, jetzt kommt was. So, einen Augenblick noch. Oh, Tür ist schon mal auf, ne? Das war zu viel. Wir haben Boomer von links. Ja, warte noch. Muss erst mal gucken, ob es wieder flüssig läuft. Das waren übrigens alles Bot-Angriffe, ne? Also nicht, dass es nachher heißt. Wir machen schon was. Ne, das sehen wir ja auch, wer das war. Steht da, ja. Alter, du Marsch-Chart genommen. Marsch, das ist ein Alper. Was ist denn jetzt so weit, oder was? Man. Auch damit sollte man zielen. Ja, ich denk schon. Da kommt gleich ein Smoker. Okay. Ich geh raus. Warte, es gibt Bumas. Der Smoker ist unten. Oh ja. Ja, ich bin unten. Okay, alles gut. Ich komm mit. Ich komm mit. Ich bin mit unten. Passt du auf Bill auf. Ja, ja, versuch das mal. Ach, scheiße. Ach, das war's gar nicht so. Okay. Ah. Ist mir da? Hunter? Hunter hat mich. Nein. Jetzt. 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 Noch ein Hunter? Jetzt. Ah, fuck. Ey, ist nicht. Hau ab hier, Mann. Hunter? Malte, das wär so schön gewesen, ne? Ja. Schwach. Hmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhm. Wow. Schrock hier. Schrock finde. und ich irgendwas machst du falsch was macht bilder hinten eigentlich hallo ich sehe gerade nichts irgendwie verwirrt jetzt nehme ich auch noch den verkehrten moca hinter uns jockey zwischen den busen der hell ist auch so richtig hochgesprungen es schießt mich ich werde der bot für die auswärtskarte sein die man schießt auch nicht schnapp dir den anderen oder so das war knapp was auf säure kommt zurück Henning war zwei Meter zurück, vor dir liegt die Granate. Vorsichtig. Gut. Schade. Henning, pass auf, da kommt was. Smoker, da ist ein Smoker. Doki. Bill will sich heilen. Bill sagt, gute Ideen zu heilen. So richtig Punkte machen wir trotzdem nicht, ne? Gibt's da irgendwas? Ich hab schon alles genommen, was ich gemacht habe. Doki. Hinter dir. Boah, dann nehm ich halt Bill. Oder auch dich. Lauf einfach weiter. Nein, der Hände, es gibt doch mal irgendeinen. So. Vor uns ist gleich ein Hunter, aufpassen. Pass auf. Fertig. Hey. Mach's, dass der mein Kleiderweg die ganze Zeit auf mich schießen würde. Boomer. Halt dich, Marsch. Was? Boah, das ist jetzt grad ein Sworn kill oder was? Mal weiter. Okay, Gas. Ach, schade. Nee, du fahrst garnicht gut. War am Bot. Okay. Scheide mich. Warte. Ja komm. Dann irgendein. Zoom out. Ich hab mal spottiert. Okay, heil dich hier drin. Tom, 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 Tom. Rooka? Rooka ist tot. Okay, äh, Frage, soll ich mich heilen? Nein. Hunter? Hunter? Er ist hoch? Ah, schon. Ich bin auch so, ich mich die ganze Zeit ja anschließt. Hier ist Boomer Kotze. Dann er ist roh, dann er ist gelb. Da. Hier haben wir einen Defi. Defi. Irgendwo. Ich nehme die Defi. Spitter. Smoker, Smoker draußen links. Ähm. Okay. Frank gibt's vorher mit Munition. Äh. Frank ist gemacht. Ja, geil. Ich hab keine Munition, wo das nicht schlimm macht. Billy. Boah, Charger. Okay, jetzt heile ich mich. Ja. Jetzt habt ihr's, jetzt habt ihr's. Jetzt habt ihr's. Smoker. Peter. Puma. Charger. Hat er einen? Weiß ich nicht, ich sehe nichts. Ich habe einen Jockey. Ja, ich sehe immer noch nichts. Hast du ihn immer noch? Nee. Nee, ich habe schon wieder einen Jockey. Komm, die nehmen alle her. Ich weiß es nicht. Hunter. Von hinten. Ich bin schon wieder gelb, ey. Ich fass es nicht. Bill liegt, wartet. Smoker, Smoker. Henning, hast ihn? Hast du ihn gesehen? Hab ihn. Bam. Die strebe ich eingelaufen. Nein. Hier haben wir da drin Munition. Warte, bevor du hochläufst. Wo ist Munition? Weiß ich nicht, das war eine Frage. Okay, Munition gibt es oben. Gibt es da drin Munition? Fragezeichen. Munition gibt es da drin noch was anderes. Ende ist reinzeln. Charger, zurückkommen. Bill hat gleich ein Problem. Haben wir. Hunter. Bill, du Arschloch, komm jetzt rein hier. Ja, ich hasse ihn, ne? Bill! Du blöder. Ich hasse ihn. Der teleportiert sich schon noch. Hoffentlich. Hunter, in der Toilette. Oh, schön. Säure. Ja, toll, ich liege. Schönes Ding. Ja, ich bin mit Bill auf der Toilette, warte. Ja, ich auch. Also, ich war vor der Toilette. Bill ist rechtsklick. Bill ist drin, bei Toilette gibt's Bills. Ja, ich. Och Mann, leck mich doch am Arsch, ey. Irgendjemand schießt schon wieder auf mich. Ich fahrs nicht, ich war woanders. Ich seh grad Nick. Ich weiß noch nicht, wo die ganzen Leute sind. Komm durch, komm durch. Ja, wo durch. Ich seh nicht. Gerade aus, gerade aus, gerade aus. Sehr geil. Kommt durch. Ja, einfach. Einfach gehen. Hey, Maul, 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 Maul. Okay. Achtet mal drauf. Überlegt mal, ob ihr, ähm, ob ihr, oh, ob ihr Bill eure Pillen gebt. Ja, macht mal. Weil jetzt, jetzt geht's los. Spooka, Spooka. 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 Ich bin jetzt echt gut dafür. Ach, Jockey, Jockey hat mich. Schmeiß, äh, Bill mal deine Pillen rüber, Marsch. Bill. Zu frem? Bill. Für mich? Bill, zu Bill. Bill, oder wer auch immer sie braucht. Haben wir eine Rohrbombe? Ja, wir brauchen die nicht. Ja, warte mal. Nee, aber ich heil mich nur schnell. Nee, halt dich nicht, halt dich nicht. Doch, ich hab ja noch Pillen. Ich hab Bill verloren. Ja, ist egal. Ja. Weil Bill da hinten ist. Der teleportiert sich schon. Hunter. Der brennt. Der Tank brennt. Ja, macht weh das, macht weh das. Der Tank ist hier bei mir. Bill ist hier und hilft mir. Bill ist tot. Okay, der Tank ist immer noch bei mir. Marschcover. Hast du Pillen? Scheiße. Scheiße. Ich hab echt ein Problem. Ich häng hier schon wieder... Alter, was ist denn das für eine Kacke? Jockey, ich nüge. Ja, ja, ich komm auf den Flur. Ich hab hier extra Templetten reingeführt. Ist der Jockey? Ja, klappt mit. Nee. Volker ist noch klar. Volker war stur, ich mach mir da. Oh, Tata! Schade. Ja, nee, wird eng. Nö, es ist blödes Nachladen. Alles gut. Aber noch weh das gemacht. Ja, aber Bill war ein guter. Ihr seid vorbei. Der Tank ist auch nicht los. Bill kam an, hat den Tank geschubst. Der Tank hat sich auf Bill konzentriert. Ja, und dann konnte ich endlich raus aus der Ecke. Voll geil. Toller Bill, echt jetzt. Muss ich mal so sagen. Guter Bill. Guter Bill, ja. Der hat sich für mich geopfert. Na, wenn er schon sonst nichts tut, wenigstens was hat er getan. Ja. Ist aber geil aus. Kommt auf einmal an, schubst den Tank, der Tank dreht sich um und geht auf ihn los. Nö, immer eh. Was nicht der Tag? Guter Bill? Ja. Guter Bill? Guter Bill, derart schubst den Tank. Ist nicht genau das Finde. Guter Bill? so wie läuft schön durch wollen sie auch dafür ist es da was ja rechtsklick die bots sind auch zu dumm oh gute schrufe hier weil denn einfach rechtsklick reicht dass ich loslassen wenn ich noch weglaufen kann du musst mir nicht jedes mal gleich anschießen macht das doch mal wie die anderen einfach nur rechtsklick völlig gleich kacki auf mir wo kam der denn her von draußen vom Walde kam er her jetzt heil dich doch Bill ne macht er nicht doch jetzt heilt er sich dummer Lumpi da draußen ist ein Hunter drinnen ist ein Hunter doch hier Quatsch Mann Hunter ja das ist ein Bot keine Angst der ist einfach nur verwirrt der versucht gerade zum achten mal durchs Fenster reinzukommen sagt dann aber ne ja doch nicht ja auf der Fensterbank ach nö guck mal der hat nur Phil gemacht da draußen ist auch ein Hunter das ist wahrscheinlich der mhm 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 das war beim ersten mal aber er ist auch von drinnen nach draußen gegangen nicht von draußen nach drinnen das vielleicht schwerer mhm irgendeine Erklärung muss es ja dafür geben mhm 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 Oh, hier ist ein Molli. Ah, komm, ich wollte doch mal. Nur ein, das kann doch nicht sein. Doch. Ne. Das war für euch alle bestimmt. Eins, eins zu seiner Zeit. Ein, nachher, anders. Kann man an der Bill rechts klicken? Da, da. Ne. Ich wollte Bill haben. Ja, ich auch. Aber ich höre ihn auch richtig. Was? Mann, der... Der ist auch unbesiegbar, dieser Bill. Mhm. Der ist was ganz Besonderes. Hunter. Oh, shit. Der Handel, der... Jetzt ist es, warum er euch so überlebt hat. Ihr war ein Boomer. Ja, bringe ich mit Sicherheit. Ein Rechtsklick reicht schon. Ein Rechtsklick genug. Nein! Hat nicht gereicht. Jetzt aber. Jetzt, jetzt, ah, ah. Ne. Nein. Was ist denn hier los? Der ist... Alter, es dauert ein bisschen. Jetzt ein Rechtsklick. Ja, jetzt langsam Rechtsklick. Vielleicht zwei. Jetzt aber. Zoe hat gerade auf ihn geschossen. Charter. Rechtsklick? Charter? Da haben ihn nicht mal sabotiert. Ja, ich sehe es. Ich habe ihn kaputt gemacht. Was für gleiches weiter. Nein! Der ist noch. Hör auf mit der Rekke. Oh, scheiß Jockey verpisse. Oh. Oh, ey. Und ehrlich. Ha, ha, ha. Ja, aber nicht Bill. Der steht immer noch. Ja. Und macht cluge Sprüche hier. Das hat dir geholfen. Das ist gar nicht so schlecht. Komm jetzt. Ist voll der Nette, ne? Er steht immer noch. Er steht immer noch. Wieso? Wieso? Das frage ich mich auch. Mann, der macht hier gerade Punkte. Munition und Waffen werden mal nicht schlecht, ne? So, komm Bill. Jetzt ist Schluss. Ja, er liegt doch schon. Ja, schon. Alter, wie hat dieser Bill das überlebt? Er lebt immer noch. Ja. Ja. Geht echt nix? Munition? Was ist das denn für ne Rotze? Nee, geht's dir nicht. Runden wahrscheinlich, ne? Galle, wollen sie auch nicht haben. Okay. So. Oh. Heiß kack. Wie macht er? Also die ersten 95% verliert Bill immer relativ schnell und leicht, aber den Rest dann nicht, ne? Nö. Komm. Da kannst du 20 mal auf ihn einschlagen und nichts passiert. Nö. Das ist schon... Hast du schon ausgelöst? Ja. Hörst du doch, der Gabelstabler läuft doch. Nö. Ja. Erfott. Farza. Ohhhh. Farza. Schleser Hunter. Oh nein, zuse. Soja, Spooker? Okay. Du Bill, ihr rettet euch! Na ja, bis auf Zoe, ihr rettet er nicht, aber sonst... Bill schießt so ein bisschen in alle möglichen Richtungen... Aber er hilft Zoe immer noch nicht. Rechtsklickt. Was hat er ihr geholfen? Er kriegt, dass wenn ein Rechtsklick nicht hilft. Scheiße! Mach mal den Dorf doch. Ich hab mal den Buss doch... Entschuldige... Marscht jetzt! Hast du? Super. Doki, ach scheiße. Ich glaube ich habe den Tag ausgelöst, kann man sagen? So, schreit. Da hinten Zoe. Hör dich nicht gut. Ach scheiße, ich bin hinten gelandet. Ja komm, das schaffst du fast so. Wo, nach da? Achso, nach da hinten. Schnell, du musst Bill rein. Wo ist Bill denn? Bill hilft dir gerade hoch. So. Ja, das ist jetzt. Ja egal. Ach verdammt. Du hast dich mit Bill angelegt, ne? Ich habe es versucht. Das fand ich mir knapp. Abfahrt. Scheiß Booman man, ich kann kein Booman jetzt gebrauchen hier. Die sind doch kacke. Achtung, mach Zoe kaputt. Zoe kaputt, Zoe kaputt. Bill steht schon wieder auf. Was ist denn da los? Bill, alter. Und er teleportiert sich. Er fängt schon an sich zu teleportieren. Oh schön. Jockey weg, weg, weg. Wo dir Bill? Oh, jetzt hilft Bill dem nächsten hoch. Was ist denn los hier? Bruder Bill. Warte. Fuck and fuck. Arschleckern! Bill hat mich getötet. Warte ein Arsch. Bill ist immer noch am Leben. Bill ist der letzte der Überlebende. Ja. Oh. 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 Alter. Irgendjemand hat 3000 Punkte nur allein mit Bill gemacht. Nee. Die anderen haben sich so verletzt. Gerade nicht. Ach, herrlich. Bill hat ja nie was verloren. Ja, aber du kriegst ja trotzdem Punkte. Hauptsache, Henning macht einen Prank in Hieb und alle sind tot. Ja, alle weg. Das war Säure, ihr hattet Säure. Ja. Naja, da lag auch Säure. Nein. Doch. Nein. Doch. Doch lag da auch. Doch, wirklich Säure. Nein. So, Kenners. Na gut, ich hab euch alle ermordet. Mit einem Schlag. Ach, weißt du doch nicht. Hä? Hast du doch gerade gesagt. Nee. Gar nichts hast du gemacht, da war Säure. Hier ist ein Molly. You might need these. Oh man. Oh, ich seh keinen. Ja, ich hab, ich hab was hin. Wo ist der Molotov? Hä? Der war hinterm LKW, den hat Mashaus schon. Mhm. Henning, hast du ne Pfanne? Nein. Ich hab eine Pfanne. Geil. In deiner, in deiner Hand, ey. Ja. Muss ich dich jetzt erschießen noch nicht zu kriegen, oder was? Ganz ehrlich, du warst sogar in dem Raum drin, wo die Pfanne lag. Ja, nehm ich jetzt die Rohrbombe. Wer macht das? Hunter. Mutosäure. Hier, ist noch ein Galle. Wo? Noch eine Rohrbombe? Äh, eine Pfanne? Freu nicht. Nein, hier ist ne große Waffe. Und hier ist ein Molly. Ah, was unser Bob da schon wieder macht, ne? Starter. Wir brauchen Feuer, ne? Ja, wo ist der? Ja, hier. Ja, wo ist der? Ja, wo ist der? Ja, wo ist der? Ins Haus rechts. Ins Haus rechts. Oh ja, ich sehe ihn. Da. Ja. Warte mal, ich werf mal. Oh shit. Ich werf kurz ne Rohrbombe. Möchte unser Bot jetzt hier auch nochmal was machen, oder steht er da jetzt so die ganze Zeit rum? Henning, komm her. Henning, wo bist du? Bei dir. Ja, auch gut. Geil. Nice. Hast du gehört? Nice. Da mal. Oh no. Henning hat ein Problem und Bill kann nicht helfen. Ich denke, wo war ein Puma. Ja, hab ihn gesehen. Aber nicht ehrlich. Da hab ihn. Und der Charger ist an mir vorbeigecharged. Dank des Puma. So, ich bin dafür. Wir gehen mal weiter. Okay. Hau ab. Hier haben wir ne Rohrbombe. Hunter. Hunter hinter uns beim Billen. Hunter hinter uns beim Billen. Ah. Auf echt hin. Erschieß mich. Erschieß mich. Hunter. Danke. Ich kann jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Ich helfe auf wo ich kann. Docky hinter uns. Jaaaa. Ist da gerade einer gegen die Feuertonne gelaufen. Achtung Bill bleibt zurück. Das ist okay. Das nervt. Charger. Charger. Bill hat ein Problem. Ja, bin dabei. Haben wir. Achtung der Charger lebt noch. Ja, Boomer ist tot. Schnell. Wir haben hier ein Messer. Molly. Da kommt man gar nicht rein. Okay. Merken wir uns das, dass da das Feuer liegt. Ja. Und jetzt noch ne Rohrbombe. Tarja ist wieder da. Hier ist noch ne Pfanne. Hand auf mich Nein, der ist nicht auf mich Jetzt Irgendwo ist ein Boomer Da war er Okay, geht los Wir haben unsere Tabletten Können wir Komm rein da bitte So Oh Mann Hennig, hinter dir Gerade Teile mussten mich Und du auch Was Ne, ich heile noch nicht Das mache ich kurz bevor der Tank kommt Warte, weil die Bombe und Munition sehe ich gerade Yes Oh Oh, auch gut Hunter Spinner Bill hat einen Smoker So, jetzt heile ich mich Der Nächste müsste eigentlich auch den Tank kommen Tank Nein Achtung, da war ein Jockey auf dem Weg zu So war ich so aus, Volker Hä Ich bin einfach durchgelaufen, ich hab dich nicht mehr gesehen Da ist der Jockey No, jetzt hat er mich Puma Sehr gut So, ich bin unten Ich komme mal wieder hoch Ja, ich komme mal wieder hoch Ah, pass auf, da ist ein Splitter Smoker 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 rechts vom Haus Aus, ich bin der Splitter Harlig Ich will mal sagen, dass Bill sich irgendwie mal heilen wollte Yes Oh, Alter Wollt ihr das noch versuchen Was denn los Wir haben das auch nie versucht Smoker Masch, pass auf, vor dir ist ein Smoker irgendwo So, jetzt kommt der Tank Nein, Hunter im Haus Hunter im Haus Hunter im Haus Hunter ist so hoch Oh, wow Ja Ich hatte die Püte zu dumm dafür Tank ist da Brennt, er? Er brennt? Ja, also weiß ich nicht Er löscht sich wieder Wo ist er denn? Mal neu versuchen mit gelöscht So, er ist blind Oh, nein, er hat Bill getötet Der brennt wieder Ah, Jockey hat nicht Jockey beim Haus Zweite Etage Er, cool Fuck, 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 fuck Und in der Nähe gibt's ein, an, äh Wo bist du? Da, gut So, eigentlich muss ich, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss schnell heilen Heil dich Heil dich alle Ah, Henning, Henning, du schießen Du schießen Oh, ihr habt Bill getötet Nein, das war der Tank Ihr habt Bill vernachlässigt Spinner So, hier, mal oben im Haus treffen Ja Unten haben wir einen Hunter Ups Das ist okay Was für ein Charger Smoker Ja, ich bin auf dem Weg Och, Mann Jetzt hab ich doch die falsche Waffe Er ist so ne Scheiße Hau ab hier Ja, ich will die auch nicht mehr haben Weg damit Hab ich auch was gesehen Charger Charger im Haus Kuma Der Tank hat mich Charger Wann, hau ab hier jetzt Auf die Bots abgeliehen Und da nicht Heil dich jetzt Wahrscheinlich kommt der Tank Der Scheiß-Zombie Knapper, 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 Knapper Knapper, Knapper, Knapper Ja, alles gut Hunter Hunter Oh, abgeschüttet Hunter Ich glaub wir haben hier irgendwo einen Smoker Ja Ich hab ihn gerade erwischt Okay, komm Nach vorne Lass nach vorne gehen Nein, Kai Henning hat ein Problem Smoker, lass nach vorne gehen Boomer Boomer Tank ist da Haben wir noch einen Bolli? Ja Ja Der Brenn Hier ist ja noch ein Bolli Zack Zack Ja, sag einen Wo ist, wo ist, wo ist, wo ist Bill? Wo ist Bill gestorben? Im Wasser, rechts Bill ist aus dem Level Da brauchst du nicht zu gucken Oh Marge, jetzt hast du ihn ins Wasser gelockt Schön Scheiße Ja, was Henning Broker Ja, komm zu dir Mocha Ja Mocha, Henning Ja Was, wieso treffe ich dich denn nicht? Was ist denn das für eine Robbysel hier? Du leckst mich doch an den Arsch, ey. Der ist fast tot denn. Achso. Rett schon wieder. Wo ist der Tank? Masch behauptet, er wäre fast tot. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Schnell jetzt. Masch ist gleich tot. Schmeiß, schmeiß, schmeiß. Hast du kein Feuer? Nein, das hast du doch gerade wieder genommen. Ich bin da und... Ja. Dann hatte Masch das Feuer geschnappt. Ich habe kein Feuer mehr gehabt. Wurter, Hunter, ich liege. Hunter, Henning. Ich liege. Ja, warum? Komm, lauf, 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 lauf. Hau drauf, hau alles drauf, was du hast. Ich muss erstmal nachladen. Wurter denn. Er ist tot. Jawohl. Schnell, 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 schnell. Jetzt Ohre. Nein. Oh, Volker. Was denn? Alles gut. Hilfe, 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 Hilfe. Leuchte. Ich dachte, Henning hilft dir. Der klappt Kalli. Ja, ich muss dich erstmal heilen. Ach so. Rede doch mal mit mir. Du versteckst dich in der Busch. So hier, lass schon mal zum Boot gehen. Ja, ich brauche erstmal Munition. Ja. Ja. Oh, scheiße. Oh, weg. Wo ist ich da hingegangen? Komm zum Boot. Ja, ich sehe mich. Wir haben Charger. Smoker, Jockey. Jockey hat mich. Seht ihr mich? Nein. Ich bin direkt vor dir. Umdrehen, hinter dir beim Smoker. Nein, Smoker hat mich. Smoker hat mich. Smoker hat mich immer noch. Weißt du, Maschthelpig nie wieder. Der rennt jetzt noch weg. Kannst dich verteidigen? Ich muss in meiner Seite gehen. Ich muss belassen. Ich lauf weg. Tank, ja. Ja. Ja, toll. Schön, Masch. Schön, Masch. Ey, den lass ich nicht zurückgehen. Was? Ich muss nicht. Ah. Du musst in den Urlaub gehen. Ja. Naja, immerhin 25 Punkte. Feierabend gemacht. Tut leid, ich kann nicht mehr helfen. Okay, bei einem habe ich Standbild. Übrigens sehe ich gerade. Rechts oben. Weiter an Standbild. Ja. Bei mir ist das Spiel auch gerade einmal abgestimmt, ne? Henning, hast nicht zugehört. Henning, ne. Ich war so konzentriert auf den Tank. Äh. Okay, dann start doch nochmal neu wieder. Kann man gehen. Dann müsste das theoretisch ja ankommen. Jetzt ist weg. Also beziehungsweise, ne? Mit drei Sekunden Verzögerung oder so. Und ja. Funktioniert. Gut, gut, gut. Wo bist du, Volkan? Nein, nicht für dich. Ja, bereite mir einen vor. Habt ihr? Nein, also, ne. Säure. Ich weiß nicht, wer das Marsch macht. Ich glaube, ich verstehe. Kannst du die da auch aus eurem Raum nehmen? Hast du doch schon. Ey, nicht loslaufen. Ach Malte! Gott, nicht! Aber ich wusste, dass du da stehst. Ja, Mann, ich war gerade fertig geladen. Ich wollte gerade rumkommen. Du hast die auch also angeboten. Ich hasse Transporter. BAM! Get it off! Get it off! Get it off! Smoker! 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 Die Kalle hier um dich. Oh, ja, oh. Oh, schön. Und jetzt kommen die letzten Krise auch noch. Ja, hab ich. Schön. Extra zu ihnen hingelaufen, weil Malte Michael eh immer erschienen ist. Ich kann eigentlich anders. Ja, merk ich schon. Einmal zu mir. Wegschubsen, dann erschießen. Okay. Oh, wieso ist die Säure schon hier nicht? Oh, schön. So, ihr haut sich erst mal Pillen rein, während der Charger sie rechts klickt. Nee, so nicht, Sechse. Oh, Mann. Oh, Mann. Halt's Maul, ey. Come on. Ich hasse ich rein. Halt dein dummes Maul, ey. Halt dein dummes Maul. Jungen. Könnt ihr Zoe holen? Warte, jetzt mach doch einfach die Scheiß-Tür auf. Ich kann auch einfach durchs Fenster gucken. Nein, das hat Tobi schon gemacht. Hunter Krams. Hunter. Hunter Krams. Er springt da hinten durch die Gegend und weiß nicht, was er tut. Bist du tot, Volker? Ja, Volker. Was? Ich bin schon die ganze Zeit tot. Ich wollte nur mal gucken. Feuer. Das mit diesem Nachladen ist doch echt so ne Sache. Ja, immer im falschen Moment. Das kenn ich auch. Unendlich Munition ist immer schön. Was? Rock-a-dood or what? Rock-a-dood. Warte, du bist halt nicht. Ja. Heil ihn. Kaum nochmal. Santa. Ach, nee. Wow. Let's get up, let's get up! Okay. Den anderen. Alter! Merch mich doch jetzt mal nicht hier! Schade! Schade! Weg, 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 weg! Weg! Charger! Schade! Es ist krass, mich! Habe ich so. Schade! 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 Los, jetzt Schluss mit Heiden! Verdammt. Steht immer noch. Los läuft seit einer halben Minute mit dem MediPack rum. Schade! 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 ich hab so wie abgeknallt jetzt jetzt nicht mehr so ist so hat er sie rausgecharcht ja das geschafft ja aber die haben uns auch so rausgecharcht sie sind nicht gestorben ja ok überhaupt schon ausgelöst einmal ja Nein, noch nicht, glaube ich. Echt jetzt? Henning hat ja Bock mit Schubs hier heute. Ach genau, Alter. Komm, springen wir da. Ja. 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 Was? Fall, Leute. Fall, ich will lieber noch mal raus und durch die Tür. Da oben ist ein Charge auf und da. Was ist, ich häng hier fest, er schieß nicht. Ich häng hier zwischen Licht und den Scheiß. Ich hätte so schön vorbereitet gerade. Aber ich ging auch das selber. Ja, war ja auch mein Plan. Einfach mal machen. Aber dann hast du dich entschieden, dass das mit dem Licht und dem Schornstein mir cool ist. Ja, mit dem Licht und dem Feuer. Hm, was war das? Was? Nee, doch nicht bei mir, muss ich. Nimm mal mal die Maschine. Ich hab dich nicht erschossen. Nee, ich hab dich gerade. Tobi hat Bock ab. Alte Axt. Alter. Wow, Chucky. Schieß, sie schieß. Nein. Oh, hat doch auch du es. Ja, das ist ein richtiges Problem da. Passi doch. Stimmt doch hoffentlich. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Endlich. Schwarz-Weiß, oder was? Nee, ich hab ganz gut gegessen. Alles gegessen. Okay. Mann! Pass. Ja, Mossack. Er geht auch weg. Sorry. Ab was tun wir es so? Ähm, wir kratzen in Splitter. Ach so, wir kratzen in Splitter. Super. Okay, sehr schönes Spiel.